Ein leichter Nieselregen ging nieder, als sie gegen kurz vor zehn aus dem Bus trat. Trotzdem war es noch angenehm mild. Spätsommer in Hamburg. Sascha zog den Reißverschluss ihrer Jacke hoch, schloss den Wagen ab und machte sich auf in Richtung Reeperbahn. Diese wirkte am Abend deutlich aufregender und weit weniger trostlos als bei Tage, trotzdem ziemlich ausgestorben und es machte nicht den Anschein, als dass hier an einem Montag groß gefeiert würde. Nach einiger Zeit fand sie den Hamburger Berg und ihr Blick fiel auf eine Bar namens Karlsons. Auch von der hatte ihr Martin erzählt. Hatte er hier nicht Svenja kennengelernt? Und war das nicht die Bar, in der er dieses Mexikanerzeug trank, was ihm so gut geschmeckt hatte? Ja natürlich, jetzt fiel es ihr wieder ein. Heute Abend aber war das Karlsons geschlossen. Also ging sie weiter und fand auch kurz darauf den Moon Club. 12 Euro Eintritt sind ein stolzer Preis für einen Montagsklub, dachte Sascha, als sie an der Kasse den Eintritt zahlen musste. Aber es wird sich ja wohl lohnen, wenn sie Martins Erzählungen vom Moon Club Glauben schenkte. Es ging eine Etage hinunter in den Untergrund, durch ein Treppenhaus und einen schmalen Gang, alles fast ausschließlich mit Schwarzlicht beleuchtet. Und plötzlich stand sie mitten in einem großen Kellersaal. Die Musik war ohrenbetäubend. Wie nannte man diesen Sound? War das noch Haus? Deep Trance? Drum and Bass? Minimal Elektro? Sascha hatte keine Ahnung und wünschte sich Rachmaninoff herbei. Aber gut, sie hatte natürlich nicht damit gerechnet, hier Musik des für sie einzig wahren Musikers und Komponisten zu hören. Aber was hatte sie überhaupt für Musik erwartet? Sie kamen sich mit einem Mal sehr provinziell vor. In ihrem Anorak mit den Tracking-Boots. Überhaupt keine Ahnung, was das hier für Musik war, die ihr brutal laut in den Ohren dröhnte. Sowas gefiel Martin? Dazu hatte er also in Hamburg immer getanzt und mit Svenja gefeiert? Sascha fiel Martins damaliger Song Surfen auf dem Mönesee ein. Was war das doch für eine Schnapsidee gewesen? Und wie erfolgreich wurde dieser Quatsch? Ihr großer Bruder war von jetzt auf gleich ein Popstar. Zumindest im Sauerland und auch ein wenig darüber hinaus. Keine Zelt- und Großraumdisco, die Martins Partyhit nicht mehrmals am Abend spielte. Und niemand hatte sich daran gestört, dass es doch eigentlich eine ganz billige, ziemlich stumpfe und einfache Retortennummer war, die völlig ohne künstlerischen Anspruch oder jegliches Niveau auskam. Aber sie machte Spaß. Es ließ sich herrlich dazu tanzen und abfeiern. Konnte man das zu der Musik hier im Moon Club auch? Bisher standen die Leute alle eher cool und reserviert rund um die Tanzfläche herum und hielten sich an ihren Getränken fest. Und was waren das überhaupt für Getränke? Sie guckte sich die Etiketten auf den Flaschen an und kamen sich erneut sehr hinterwäldlerisch vor. War das Bier? Energy-Drinks? Bionaden? Niemand trank hier wie bei Sascha zu Hause Krombacher Cola oder Mummsekt. Das gehörte dann wohl zum aufregenden Nachtleben in der großen Stadt dazu. Da sind selbst die Getränke-Stars. Sie beschloss, sich eine Club-Mate mit Wodka zu bestellen, was immer das sein sollte. Es schien ihr aber ziemlich populär zu sein. Warum, das konnte sie sich nach den ersten Schlücken allerdings nicht erklären. Das Zeug schmeckte wie abgestandener Kräutertee mit Fusel und kostete 8 Euro. Warum überhaupt? Eigentlich war das Gesöff nicht mal die Hälfte wert. Doch der Drink in ihrer Hand gab Sascha das Gefühl, ein klein wenig dazuzugehören. Dieses Gefühl hielt aber nicht lange an. Je länger Sascha mit ihrem Club-Mate am Rande der Tanzfläche stand, desto verlorener kam sie sich vor. Auch wenn inzwischen immer mehr Gäste zu tanzen anfingen und die Stimmung ausgelassener wurde, so wurde sie davon nicht erfasst. Im Gegenteil. Die Leute hier wirkten oberflächlich und arrogant. Niemand schien wirklich Notiz von ihr zu nehmen. Sah man ihr die Landpomeranze selbst in diesem Blitzlichtgewitter sofort an? Sie dachte an Svenja. War sie heute Abend auch hier? Gehörte sie zu den tanzenden und immer lächelnden Frauen, die Sascha neidvoll beobachtete? Wenn sie doch nur wüsste, wie Svenja aussieht. Und würde sich Svenja überhaupt für Sascha interessieren? Die kleine Schwester ihres Freundes aus dem Sauerland? Vielleicht würde sie sich eher genervt zeigen. Sascha würde es hier und heute nicht mehr herausfinden. Das war nicht ihre Welt und es war für sie kein Ort, um Menschen kennenzulernen. Hier würde sie nie dazugehören. Also trank sie ihr komisches Mate-Getränk aus, zog ihre Jacke an und verließ den Moon Club. Wenn sie nicht mehr